Und wir haben das Rennen nicht mal geschafft. Ist irgendwie schon jämmerlich, oder? Ja. Gott, meine Hassrennen. Auch deine? Nein, Direct Rennen geht eigentlich. Wie schaltest du eigentlich hier auf der Tastatur? Damit. Ich mag die hier. Sprint. Radarfall ist das Beste, Mann. Grund in einem. Nimm vielleicht mal was Minimales, wo wir nicht in den Rennen kommen. Also, ja, 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 ja. Sprint. Ich mach noch einmal, dann bist du wieder dran. Okay, okay, alles klar. Versprochen. Ja. Weißt du, was ich für uns hier gekauft habe? Ein Buffet. Keiner von und hat Hunger. Alter, weil ich mich vollgefressen hab. Oh, warte. Ich wollte abbremsen. Ja, das darfst du eben nicht. Am besten ist es... Achso, ich lenke immer noch. Oh mein Gott, hier sind jetzt auf einmal Gegner dabei. Ich stehe auch noch ein bisschen Hirn bei dir. Ich wirk irgendwie gerade ab. Ich wirk gerade irgendwie ab. Ich weiß, ich wollte gerade die Lenkung übernehmen, aber wenn man nur A drückt, kann man ja schlecht viermal lenken. Ja, das kenne ich. Wieso haben wir keinen Spoiler? Weil wir uns nicht leisten können. Wir leisten uns erstmal eine gute Beschleunigung. Verdienen mal wieder ein bisschen Geld. Das Kindergeld reicht nicht. Und von Hartz IV können wir auch nicht eh nicht leben. Da, Fug ist das hier eine Strecke. Guck mal in den Rückspiegel, damit ich gucken kann, wo die überholen. Jetzt nicht mehr. Ich muss gucken, wo die entlang fahren. Es geht doch ein Wort perfekt. Das ist jetzt eigentlich nur gerade. Äh, äh, gab ich die Abkürzung nehmen. Du darfst nicht. Nein, eigentlich darfst du das. Oh, toll, danke. Der überholt immer ganz schnell, den Kleinkäfer da. Guck mal, egal, aber die trotzdem noch nicht mehr. Wir überholen den. Donuts brauchst du nicht mitnehmen. Oh, 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 my God. Mach rückwärts weiter. Rückwärts. Mach dann so eine richtig geile Wende wie bei Fast and Furious. Ich hätte gern, aber da war ein Boller in der, Boller in der Wand. Kennst du das eigentlich auch, wenn du Fast and Furious-Film gesehen hast? Und dann kriegst du richtig Bock auf Need for Speed, muss wanted irgendwie. Irgendwie bin ich gerade, kaum bin ich am Steuer, sind wir am abpacken. Oder wie sehe ich das? Ne, doch. Du hast es nur nicht mit scharfen, cool. Ich glaube, mein Hauptfeind bist eigentlich du. Ich drück da nur Nitro. Don't, Schaffi. Eiskalt überholt. Sag mal, geht's dir auch so mit Fast and Furious? Ja, ich muss sagen. Danach war ich immer sehr motiviert. Geht's bei dir auch so? Oh, ne, das ist was anderes. Ich schätze mal, du spielst kein Road at Coaster Tycoon. Nein, kennst nicht. Ja, das denke ich mir. Oh, das gewinnen wir sogar noch. Oh, schöne Kurve. Oh, cool. Ich hab's doch noch geschafft. Paul hat ne Kurve gekriegt. Was krieg ich als nächstes? Also. Alter, die fern mich mal. Bisschen spät, oder? Ja, schon irgendwie arg. Schwupp, schwupp. Schwupp, schwupp. Hallo, ich bin nur Nitro. Nee. Du bist. Ach so. Ja. Ach. Das ist jetzt lustig. Diesen Wechsel müssen wir üben. Ja, du bist irgendwie koordinierter und schneller vonstatten. Also, dann machen wir mal wieder ein schnelles Rennen. Weißt du, was das Praktische ist? Ich kann jetzt trinken, während du das ganze andere Zeug organisierst. Ja, weißt du, ich brauch auch nur eine Hand. Die andere Hand kann auch ruhig unterm Tisch bleiben. Ich komm hier trotzdem zurecht. Was willst du mit der Hand unterm Tisch trinken? So, jetzt hör mal. Oh nein, so was. Jetzt schüttet er seine... Alter, wenn du Sauerei in meinem Zimmer machst, ich sag dir, ey, du musst Rennen fahren, nicht ich. Also, mach mal. Es hat nicht gesplitt. Hallo, Gas? Ah, jetzt bin ich. Ah. Nitro. Nein, nein, nein. Ich bin weg. Hab gekackt. Ey, 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 ey. Ja, wenn du am Trinken bist. Oh, es sieht schlecht aus wie uns. Die Letzten werden die Ersten sein. Oh, das wird sich nichts ändern. Ich will uns bitte nochmal wiederholen. Ich hab das gerade nicht so, äh, mitbekommen. Was haben wir für Gegner? Clown? Tommy? Warte, du konzentriert dich auch an. Ich lese. Black Clock, Tommy, Clown und Detektor. Achso, das bin ja ich. Ja, nee. Musik ist ein bisschen. Komm jetzt. Ah! Es ist echt so trocken ohne Musik. Also, das hört man jetzt da nicht, aber ich guck ihn schief an. Du willst es auch hören. Hast du diese Telefonzelle mitnehmen müssen? Der hat uns ausgegrenzt. Telefonzelle mitgenommen? So was kostet ein Heidengeld, muss ich dir sagen. Wir sind eben gleich. Och. Wie das Nitro-Signal. Oh, wir sind Dritter. Oh, und wir sind Erster. Also, äh, naja, keine Sorne. Naja, das machen wir noch. Wir machen wieder so ein geiles Comeback. Es kommt eh immer epischer, als permanent die Nase 500 Meter vorn zu haben. Ist doch so. Es ist zumindest besser für den Sieg. Stell dich gerade jetzt. Äh, nicht schlecht, Dritter. Ja, mein Gott, wir müssen noch ein paar Punkte nachholen. Aber, wenn du das machst, verlieren wir. Kürz ab, kürz ab. Verdammt, mach mal, kürz ab. 199, shit. Oh, ich hab das. Ouch, ouch, ouch. Ich hab's nicht gesehen. Was hast du noch mal ganz zu Anfang des Rennens gesagt? Was hab ich gesagt? Wir schaffen ja die Letzten sein. Die Letzten, wenn die Letzten sein. Ich wollte eh was trinken, man. Es geht weiter. Also, nee, warte. Nee, wir müssen nochmal so nicht stoppen. Nee, ich regle das mal kurz. Äh, nein, mal zur Steuerung. N. Es ist was. Äh, ja, da, links. Runter, da. So, jetzt mach mal mal her. Ernst hier. Ja, ich bitte doch drum, eigentlich bin ich davon ausgegangen, das wäre die ganze Zeit. Äh, äh, du bist nur die Nitro-Taste, ne? Pft, du drückst einfach nur das Feuer. Ja, mit Erfolg. Mit Erfolg bin ich, äh. Also, trink dein Glas oder ich zünd das Nitro. Kann ich trammen, Vollgas geben. Ja, na, 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 na. Ich geb nochmal nen Furz. Äh, äh, an Nitro. Also. 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 Perfekt. Fakten, was meiner Dinge grad gebrochen hat. Was für Glück hast du doch, dass ich schnupfen habe. Seit mir heim, ja. Furz, xAlberStyle macht Nase frei. Shit, das reicht sich nicht. Was? Ich hab grad irgendwie verstanden, xAlberStyle macht Affe geil. Nein. Ah, okay, ich dacht schon. Die auch. Mit Bannmann. Nichts rammen. Ja, 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 ja. Schön. Oh Gott. Waaah. Der halt anhält fast perfekt. Hast du gesehen, wie der für dich angehalten hat? Der wollte dir die Vorfahrt gewähren. Ja, und meine Antwort war, komm mit. Wichtig. Bäh. Oh, mein Handgelenk tut so weh. Fuck gleich mit links, Mann. Tja. Vielleicht drück ich auch einfach zu fest. Das muss man nehmen. Deine alten Dinosaurier-Tastatur per Wunder. Ja, Entschuldigung. So ein bisschen Fingermuskulatur, die muss man aufbauen. Fingermuskulatur. Vorwarnung, ich gebe jetzt Nito. Jetzt. Alter, wir haben einen Vorsprung von 300 kmh. Läuft doch. Das hast du echt ernst gemeint mit jetzt, äh, mach ich ernst. Natürlich. Ich merk's. Wolltest du auch vorhin, wo wir zweimal fast gecatcht wurden? Eben nicht. Ah. Aber jetzt. Ach so, ich hab Pedro. Jetzt. Jetzt hast du's nicht gesehen. Ja, Entschuldigung. Oh, ich bin auch nur ein Mensch. Oh, 1002. Alan Zepplin und Wing Nut. GG. Das war zu einfach, es war fast so langweilig. Find's ich auch. Ja. Deswegen machen wir jetzt ein Maximales. Ich oder du? Äh, mach du wieder. Muss ich von seinem Fingerkrampf erholen. Das muss aber schneller gehen. Lauf. Ach so, hinten rum. Ja, du immer hinten, ich vorne, oder wie? Wenn ich hinten bin, hört man's eh nicht, weil das Mikro von vorne ist. Das ist logisch, hab ich jetzt nicht. Äh, 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 ja. Okay. Oh, Autobahn. Ich liebe Autobahn. Hey, Hände an die, äh, an die, äh, an die, ja. Ja, war, ich bin gleich fertig. Okay, jetzt probier ich mal echt einen echten Start. Ich hatte Erfolg, wie du gesehen hast. Ich glaub, dafür braucht man ein bisschen Übung. Ach so, ich bin immer noch die Lenkung. Alter, ich vergesse immer die Lenkung. Du vergisst immer, was du tun hast. Du verwechselst es die ganze Zeit. Ich denk mir halt... Hast du noch jemanden drin? Was, wo? Was, wo? Warte, ich hör noch das Echo von meinem Klopfen. Echo, 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 echo. Welche Seite dieser zwei Autobahnteile bevorzugst du eigentlich? Ja, weil die wohl kein Gegenverkehr ist. In dem Fall, die anderen. Die Götter, die Stiege. Ich schätze mal, du warst mit Absicht Nitro in den Kurven. Die Verbrauchst du, wenn du siehst. Auch was tu oder wie? Ich bin fast du. Ich bin fast du. Chopper, sushi, er heißt ernsthaft sushi. Jetzt ist das wirklich... Ja, der dritte, der dritte. Was auch gleich. Jetzt, Chop sushi. Sushi, sushi. Ja, und wie heißt der andere? Vershini. Vershini und Cooper. Oder wie hieß er? Chopper. Chopper, Chopper. Chopper, Chopper. Chopper, Chopper. Chopper, Chopper. Oh, wir sollten uns nicht so viel Mühe geben. Können wir gewünschen wieder eiskalt. Permanent auf Höchstgeschwindigkeit. Kein Kratzer. Alter, ich nehme dir... ...den Finger kein einziges Mal von der... ...Falltaste nach vorne. Ja. Ist ja auch voll hart. Mit einer Tastatur weiß Controller, da musst du nur diese Kreuztaste gedrückt halten zum beschleunigen. Dann kannst du ganz easy diesen Joystick... Alter verdammt, wo kommt denn der her? Ah! Und er hat sich gerade gefragt, äh, wo kommt das Taxi hin? Gib mal mehr Stoff. Ich hab nix mehr. Dann spar mal ein bisschen. Okay, das ist auch... Ah! Na, zurückspiegel? Können wir auch noch mal... Irgendwie hab ich Angst, wenn kein... Oh, oh. Ach so, stimmt. Die spielen hier auch noch mit, hab ich irgendwie vergessen. Warum kommen die erst jetzt am Ende und warum sehen die uns nicht? Weil er sich auf den anderen konzentriert hat. Das kann auch passieren. Oder die haben keinen Bock mehr auf uns. Ja, scheint irgendwie... Natürlich, ganz kurz vor Ende. Hallo! Oh, oh. Hä, sind die irgendwie Alarmstufe 1? Das könnte jetzt böse aufprallen. Drück Enter. Ja, ha, 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 bleib drin. Jetzt aber, komm. Komm. Ah! Was? Der Kopf hat keinen Bock auf uns. Ja, irgendwie nicht, ne? Ja, dann lass halt noch ein Rennen machen. Gut. Äh. Äh, wir brauchen Mainstein kein Rennen mehr. Wollen wir eigentlich alle Rennen machen oder nur die nötigen und dann gleich die Bossfighter? Ja, ich würde sagen, damit auch mal was anderes heute passiert. Ja. Lass einfach noch so eine kleine... Nicht sowas, sondern... Ja, genau sowas. Äh, hier oder da? Da. Ist eigentlich egal. Ja, nimm mal die. Die? Ja, weil da kannst du noch ein Stück zurückfahren, um noch mehr Speeder zu sammeln. Quasi. Äh, der ist aber arg weit vorne. Alter! So. Kannst du mal... Was soll ich machen? Ja, noch nicht jetzt. Ja, ja. Nitro-Zinn-Vergleich. Boah, ja, auf einmal so viel Gegenverkehr, ne? Guck mal. Die Spastis. Alle fünf Meter kommen zu einer. Warum 185? Das muss ich nicht mehr hinkriegen. Äh, das war nur. Ich drehe nochmal um. Ich fang von vorne an. Das ist einfacher. Ui. Yeah! Alter! Der hat das schon wieder her. Alter! Alter! Wer auf damit! Was war das denn riesen Ding? Wenn gleich wieder in die Werkstatt. Hast du das riesen Ding gesehen? Nein, es war unsichtbar, aber es hat für Funken gesorgt. Oh nein, oh nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, er schult grad B drücken. Vernichtigen, 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 instant, instant, mach ihn tot. Sehr schön. Da, natürlich da vorne. Oh, ein Schweines mir allein. Fuck. Wo soll ich hin? Bestimmt nicht gecatcht werden. Was machst du? Bäm. Du haust ihn gegen die Wand, links oben erscheint fahren abseits der Straße. Was machst du? Du bist die Lenkung, ne? Immer noch. Ja, 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 das hab ich auch. Grat, eben erst drei. Was machst du? Alter, wo kommt der her? Ich wollte den irgendwie austricksen. Der Stufe 3, der lässt sich nicht so recht austricksen. Oh, Mann, ey. Alter, der hat einen Freund geholt. Du willst dich catchen lassen, oder? Er hat ein Kind bekommen. Durch Spiegel. Nice. Drei Optionen und er holt die bald. What the heck? Wo kommen die alle auf einmal her? Es sind fünf Länge. Shit. Nein. Nein. Paul, nein. Wow. Wow. Wo kommen die auf einmal her? Was für Türken, ey. Straßensperre. Noch keine Nagelbänder, oder? Ne, ne, wir sind noch nicht vier. Äh, wo man sich hin... Da, ne, ne, da kommst du nicht weiter. Da kommst du nicht weiter. Du musst... Oder, doch, du kommst weiter. Äh, wir müssen innerhalb zwei Minuten entkommen. Also, äh, damit hätten wir den anderen Meilenstein. Ja, das kriegen wir hin, mein Freund. Äh, ich muss irgendwie entkommen. Oh mein Gott. Ah, die Stelle hier erinnert mich an irgendwas. Ich hatte mal einen Platten, konnte aber trotzdem noch fahren. Also, mit drei Rädern quasi. Und bin irgendwie noch entkommen mit 40 kmh. Er ist durch. Respekt. Also zu deinem Ding, nicht mein Ding. Äh, ja. Wo war ich? Genau. Mit drei funktionstüchtigen Reifen. Hahaha. Das war nice. Das war nice. Hast du das gesehen? Ja, das war nice. Entschuldigung, ich will dich nicht unterbrechen, aber... Du machst seit ganzen Zeit Autos kaputt, wenn ich rede. Kannst du das doch mal nachvollziehen? Wow. Oh, 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 oh. Oh, ich bin fast tot. Du musst nur durch den Wasserbehälter... Kannst du mal zum gescheiten Zeitpunkt den Rückspiegel einsetzen? Ich möchte manchmal sehen, was hinter... ...meinem Hintern vorgeht. Das ist aber vorne so spannend. Was hinter deinem Hintern vorgeht, interessiert keinen. Ach so. Strassperre. Oh, Ber... Oh. Besteig ihn noch so richtig. Warte, bitte. Oh, ha, ha, ha. Doppelt. Und? Dreier. Oh. Den lassen den Ton, Mann. Ja, ich versuch's ja. Nein, tust du nicht. Du nimmst alles mit. Hahaha. Hey. Wenn es schon hier so schön serviert ist, dann will man es auch mitnehmen. ich wollte es trotzdem mit er hat dazugelernt stufe drei und den meilensteiger wird vergessen aber wir haben natürlich schon wieder 68.000 das ist schon wieder mit absicht gemacht oder das ist schon wieder nicht durch die verfolgungsstoffe